Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitte. Wir spielen Kingdom Come, Deliverance. Sie sind hier noch in U-Schütze, oder? Ja. Oder schon wieder, oder wie auch immer? Nö. Naja gut, ich war zwischendurch, wie üblich, öfter mal war ich bei Banner trainieren, bin durch die Länder reingestreift, hab auch ein paar ganz interessante Sachen entdeckt, war vor allen Dingen Einkaufen, das kann ich ja gleich mal zeigen, dann können wir uns gleich mal richtig anziehen. So, also. Das ist eine Sperrruhe. Sperrruhe ist viel besser. Ach, ein bisschen Schild. Ja, Verteidigung 150 und das Zielschild hat nur 115. Außerdem hat die Sperrruhe viel mehr Charisma. Gut. Also, ausziehen, Sperrruhe anziehen und das in die Satteltasche. Du hast zwei Bögen. Ja. Auch, das ist der, den wir anhaben. Ja. Und den hab ich gekauft. Gut. Viel schlechter wie unserer. Was? Aber nur, weil die Stärke 15 ist und wir haben nur 12. Und die minimale Agilität ist 10 und wir haben 8. Ja, da wirst du noch reinwachsen. Ja, da muss Heinrich erst mal reinwachsen. Also erst mal in die Satteltasche, dann geht's weiter mit Rüstung. Wir hatten ja so viel Geld, machte ja keinen Sinn, das rumliegen zu lassen. Nein, es gibt ja keine Zinsen, oder? Eben. So, das war teuer, das Teil. Kann mir irgendjemand sagen, wie man das ausspricht? Brokat, Bro-Poing oder so ähnlich? Ich kann kein Freund für mich. Egal. Anziehen. Habe ich beim Schneider gekauft. Mhm. Dann, ja, das ersetzt den kurzen Skalitzer Wappenrock. Okay, dann kann man den ja wieder, kann man hier verschicken. Der kann ja in die Satteltasche. Die Leiseträter können auch mal in die Satteltasche. Die sind zum Schleichen geeignet. Die haben wir ja erbeutet. Ja. Die Nürnberger Plattenbeinlinge hat sich Heinrich gegönnt. Tja, die lösen diese, oh, die bringen ja, die sind ja viel besser. Ja. Man kann schon die Kommandchen, weil der Schäfer auf jeden Fall in die Satteltasche. Ach so. So, dann haben wir ein verziertes Kriegswappen. Wow. Wow. Hansi. Jetzt ist es was? Ah, dunkleschäsische Gammelsäupen. Den Gammelsäupen. So, jetzt haben wir wieder alles an. Ja. Wir sind ordnungsgemäß angezogen. Wow, sieht er jetzt schmieke aus, ne? Ja, jetzt hat er zwar kein Wappenrock mehr, aber dafür, wenn man sich die Rüstungswerte anguckt, abgesehen von der Armrüstung ist er jetzt auch ganz gut gegen Schlag. Sag mal, du brauchst unbedingt ein besseres Schwert. Ja, allerdings. Du bist doch immer noch dieses Händlerschwert, oder? Ja. HILSE, ÄPFEL, KAROPPEN, COOL! Ja, wir müssen mal gucken gehen. Wahrscheinlich kriegen wir bei einem der drei Schmiede in Sassau was Besseres an Waffen. Weil in Rattai war da nicht viel zu machen. Das konnte mich alles nicht überzeugen. Also der Bogen übrigens, der ist vom Wildhüter. Vom Wildhüter? Ja, der ist vom Wildhüter in Rattai. Der hatte den Bogen und nicht mal teuer, 400 und ein paar zerquetschte, der hat der nur gekostet. Also hier haben wir einen Schreiber. Ja. Da hoffst du, dass der Bücher hat, der dir verkaufen kann. Und da wollte ich gucken, ob der vernünftige Bücher hat. Das ehrt mich, dass du zu mir kommst. Oder Schatzkarten, nehmen wir auch mit. So. Vielleicht können die auch welche verkaufen. Auch die habe ich alle schon in die Kiste gepackt. Das Lesebuch kennen wir nicht. Das Lesebuch 2 kennen wir nicht. Was? Prag ist kein Lehrbuch, das auch nicht. Nee. Och, wir können nur Lehrbücher brauchen jetzt. Okay, das war's. Darüber will sich die schlechten Sinn- und Missetaten verlieren. Na gut. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Oh, ist das teuer. Ich habe das Gefühl, wir haben schon ein paar Lesebücher gekauft, oder? Versuchen wir es. Ja, aber wir haben drei, ich glaube drei und vier haben wir Lesebücher und die kann er noch nicht. Na gut. So weit ist er noch nicht. Ich habe vorhin durchgeguckt. Also das ist alles ab Level 15, was wir da an Lehrbüchern haben. Na gut. Ja, das sollte passen. Na. Siehste, man muss den Händlern bloß ein bisschen entgegenkommen und nicht das bis zum letzten ausreizen. Dann kriegt man viel bessere Preise. Außerdem macht sich das Charisma bemerkbar. Ja klar. Ja, habe ich doch festgestellt. So. Die Bücher kann man ja im Gepäck lassen, man muss ja nicht lesen, oder? Die lesen sich ja dann vor allem, wenn es steht. Die lesen sich alleine. Die lesen sich alleine, klingt gut. Naja, die werden gelesen, automatisch. Ja, man muss sie aber im Gepäck haben. Wenn man sie im Gepäck hat und wenn man dann irgendwie rastet, stimmt's? Ja. Wenn man wartet oder rastet, dann lesen die sie von selbst. Hm? Beim Warten auch? Ja, auch beim Warten stand da jedenfalls. Na gut. Ich glaube, wir haben auch schon mal gewartet und wurde eingetragen. Na schön. So, und jetzt weiter. Als nächstes wollte ich nach Thallenberg. Thallenberg, das sind nämlich noch so viele Fragezeichen, die wollte ich mir mal angucken. Ja. Wir können ja schon mal reingehen. Viele? Hier. Naja, einige. Da ist ein unerforschter Ort, da ist ein unerforschter Ort. Dann haben wir noch einen Auftrag. Ja, da ist auch noch einer. Da ist einer. Und hier gibt es einen Auftraggeber. Also Aktivität. Aktivitätengeber. Also, warum gehe ich denn jetzt raus? Ich weiß nicht genau, was da entsteht zwischen Aktivitäten und Queste. Naja. Quest wird im Questbuch eingetragen mit Hinweisen und so weiter. Und Aktivität ist wahrscheinlich eher sowas wie Hohl bringen. Schießen den Hasen und bringen wir drei davon oder so. Ach, habe ich mal wieder vergessen, das Pferd zu benutzen. Mal sehen, ob ich es bereuen werde. Sieht nicht so aus. Das erste Fragezeichen, das erkennt man schon von hier. Ja, warum, wieso, weshalb? Das kann nur ein Badehaus sein. Ja, das ist ein Badehaus ist hier. Das weiß ich. Und hier war das Fragezeichen. Aha. Wir werden es gleich sehen, wenn ich es kontrolliere. Beziehungsweise, wenn er sagt, du hast ein Badehaus entdeckt. Ach so, ja. Der Fragezeichen heißt ja ein Ort. Ja, genau. Ich verstehe, was du meinst. Von wegen sitzt man schon von hier. Wir haben das Badehaus entdeckt. Das ist ein Badehaus ist das Fragezeichen. Ja, ja, ja. Ich verstehe. Nein, ich war übrigens auch im Badehaus. Noch mal hinlegen und schlafen, damit ich dann ausgerotiere und spiele. So, das haben wir jetzt hier. Auf zum nächsten. Das kann ich aber jetzt nicht erkennen als irgendwas. Könnte alles sein. Nein, das kann alles sein. Eine Mühle auf jeden Fall nicht, würde ich sagen. Kann eine Kneipe sein, kann sonst was sein. Wann ist es hier? Äh, nee. Du musst dann nochmal über, weil du, doch, du kannst über die Brücke auch darüber und dann halt zurücklaufen, wenn du willst. Oh, ja. Du kommst da schon hin. Ach. Na. Ist immer da, wo man es nicht vermutet. Aber auf jeden Fall nicht vor einem. Nö. Wollte auch mal sehen, wenn wir bei einem Gestüt vorbeikommen, können wir auch gucken, ob wir da ein bisschen Ausrüstung für Pebbles finden. Herr Wächter, du bist hier ein bisschen im Weg. Lass ihn. Guck mal, wie die Frau da plötzlich von da unten hochkommt. Aus dem Boden ist die entfurcht. Die ist einfach von da unten vom Bach aus hochgesprungen. Ja. Gute Frau, pass auf. Unterkunft. Eine Unterkunft. Sehr schön. Gut zu wissen. Reiten wir jetzt mitten durch den Gasthof. Warum nicht? Müssen wir ja erst mal wieder zurück. Das wäre auch blöd. So, aber hier gab es ja noch ein Fall. Gucken, hier gab es noch was. Ja, da musst du wieder, äh. Ne, da müssen wir zurück. Hier ist keine Brücke rüber. Äh, ne, das ist doch kein Fluss, oder? Du kannst doch hier geradeaus weiterlaufen, dann um die Ecke links. Und dann kommst du hier, ähm. Ich kann hier weiter runter, und dann stehe ich vor dem Fluss. Ja. Ja, der geht hier runter. Ja, der geht da oben. Ja, der geht da oben. So, das war hier oben irgendwo. So, dann gehen wir mal gucken, was es da gibt. Aha. Siegaba. Ne, Geweihe. Hier ist wahrscheinlich ein Jäger. Oder ein Mithüter, oder sowas. Jäger, genau. Schön. Wir gehen uns mal umgucken. Ja. Hier scheint keiner zu Hause zu sein, ne? Ne, der arbeitet wahrscheinlich im Wald. Hoffe ich. Der Jäger ist beim Jagen. Der lebt alleine auch. Hier sitzt er nicht drauf. Nein. Wie sieht's aus mit Hunger? Äh, Sat 72? Na, dann ist das genau richtig. Heinrich der Fresssack. Da ist das nur... Mal gucken, ist hier jemand drin? Aber da war jetzt auch eine Hütte da bei der... Auch nichts Interessantes. Bei dem Essen, also bei dem Topf. Dahinter ist eine Hütte. Ja, da gehen wir mal gucken. Macht der auch Leder, ne? Hier ist das Hühnerhaus. Du willst aber selbst Leder machen. Äh, guckt jemand? Warum? Hoffentlich nicht. Wo ist ein Eis stehen? Hahnenfeder und rote Feder. Spinnnetz werden wir garantiert sehr vermissen. Lass mal drin. Wenn wir eine rote oder eine Hahnenfeder brauchen, wissen wir, wo wir sie finden. Hier sind Käfige, Bienenstöcke. Aber keiner da. Da ist auch noch ein Raum. Da und nicht. Hier ist ein privater Bereich. Ach, hier lebt er. Könntest du da unten? Oh, oh. Ist aber leicht. Mach die Tür zu. Was heißt denn diese... Was heißen denn diese komischen knircheligen Beine? Und das Kreuz? Also das ausgestrichene, rote... Äh, Privatbereich. Da ist er. Da darf man nicht reingehen. Ja, ja, da ist er. Da sollte man vielleicht... Ich will entgegenkommen in seinen privaten Bereich. ...nicht den Hunden knacken. Das hat er vielleicht nicht so gern. Hallo, Herr Jäger. Wo ist er denn jetzt hin? Du hast durch die Tür gegangen wahrscheinlich. Da können wir ja doch knacken, wenn keiner da ist. Da kommt er jetzt oben rein. Guck, was du da machst. Auch möglich. Wenn er uns erwischt, haben wir ein kleines Problem. Einem Auge nach links, einem Auge nach rechts gucken. Um zu beobachten, ob da jetzt jemand kommt. Ich muss dir jetzt mal wieder auf die Tastatur wechseln, weil... Ja, du hast es schon gehabt. Oben, hier. Da. Da in der Mitte drin. Ach so, ja. Ja, es geht mit dem... Das ist ja auch leicht. Es geht ganz einfach. War ja auch leicht. Mit Maus und Tastatur geht das viel zu einfach. Naja. Okay, die zwei Spitzpfeile lassen wir eben. Was? Ich hätte gerade die mitgenommen. Ach, es sind doch nur zwei. Und bei den Schießkunsten von Heinrich... Sind die so oder so verloren? Sind die sowieso gleich weg. Hier gibt es noch einen Suppentopf. Sehr schwer. Oh, das andere war leicht. Können wir sowieso vergessen. Sieht ganz gemütlich aus. Schwer schafft er manchmal schon. Also kostet zwar... Weiß ja nicht, ob es probieren wird. Kannst du das mal riskieren? Ja, speichern lieber vorher. Ist nicht verkehrt, mal wieder zu speichern. Hast recht. Wir haben immer noch den Tanz mit dem Teufel. Ja, das war echt lustig. Auf der anderen Seite hat es zwei Torte gegeben. Es war weniger lustig. Richtig lustig fand ich den. Ja, aber ich fand schon komisch, dass es Banditen waren, als du die geplittert hast. Ja. Und angeblich waren es Holzfäller. Äh. Konzentration, mein Freund. Ja, ja. Wollte ich auch gerade sagen. Mit ein bisschen Konzentration geht es besser. Ah, so. Naja. Nee. Unterhemd, mein Verband. Obwohl, ein schönes neues Unterhemd. Schön weiß. Nee. Wir müssen ja nur üben. Ja. Das ist auch sehr leicht. Na dann. Er muss immer üben. Üben, üben, üben. Während du noch am Üben bist, macht er die Tür auf. Ja, das kann schon sein, dass er uns da gleich überrascht. Also, mach hin. So. Was ist dahinter? Vorratskammer. Ein Lagerraum. Schon wieder schlossknackenleit. Ah, hier kann man richtig schön üben, ne? Ja. Sehr schwer. Schade. Bitte. Nichts mit üben. Nein, nicht. Na gut, dann gehen wir wieder. Wir haben alles geübt, was zur Verfügung stand. Genau. Herr Jäger. Gott schütze dich, Heinrich. Ja. Ach, da kommt er ja. Gott schütze dich ebenfalls. Hallo, Herr Nikolaus. Grüß dich, werter Herr Ritter. Wie kann ich dienen? Aber wir haben uns schon mit dient. Ja, aber du hattest nichts Vernünftiges. Ja, können ja heimgehen. Kurz des Aufbrechens eins. Na, langsam kriegen wir ein paar brauchbare Bücher. Ein Haselnussjagdbohr, den kann man ihm da verkaufen, ist bestimmt sein eigener. Das ist doch seins. Ach, das ist seins. Das ist das, was er zum Kauf anbietet. Ach so, ja dann. Bin schon gewundert, warum du so viele Bögen hast, aber... Aber unser... Ah, er hat eine neue Schatzkarte zu verkaufen. Ach, ich sehe. Wolfszähne. Brauchst du Wolfszähne? Nö. Nö. Ich habe meine einen, die reichen. Also seine Bögen sind viel schlechter, wie das, was wir haben. Also, nur Bücher. Ich habe ja alles abgeladen. Wir haben, glaube ich, nichts. Getrocknete Pilze gibt es. Hatte er getrocknete Pilze? Ich glaube, dass ich die gesehen hätte. Und du hast noch zwölf. Dann guck mal, ja, kann man immer brauchen, sowas. Oder habe ich mich geirrt? Das warst schon du. Nö. Das warst schon du, ja? Nö, nö. Er hat keine getrockneten Pilze. Na ja, man muss ja nicht mehr auf alle gehen. Na gut. Gezielt. Dann waren es wahrscheinlich deine getrockneten. Ja. Na gut. Teuer genug. Ach ja. Lass uns über den Preis sprechen. Hm, ist gut. Hm, sagt da 125. Gar nicht so teuer. Nö. Äh. Äh. Endlich eine vernünftige Summe. Was heißt endlich? Wir haben doch gar nicht gehandelt. Nein. Okay. Ja, da oben sieht es auch ganz interessant aus. Ach, guck mal. Guck mal die Frau Jägermeister. Möge Gott dich für Lüchen, Heinrich. Mhm. Aha. So, dann gucken wir, was da unten gibt. Ja, Frau Jägermeister. Mein Jägermeister klingt sowieso immer nach diesem komischen, was ist denn das? Ja, diesen komischen Kräuterschnaps oder was das ist. Kräuterschnaps, ja genau. Nee, geradeaus ist am kürzesten. Da macht man nur eine Ecke und kommt dann doch wieder da hin. Das lohnt sich nicht. Also, wieder zurück auf die Hauptstraße. Herr Wächter. So, links rum. Und die nächste Brücke wieder rüber. Ein Verkehr ist das heute hier wieder. So, und hier ging es irgendwie nach rechts rum zu dem Auftraggeber. Oh, einfach immer geradeaus, ja? Ja. Was machst du denn? Ich drehe mal wieder meine alte Krankheit. Ich drehe die Kamera und nicht das Pferd. Und dann wundere ich mich, dass das Pferd sonst wo hinläuft. Herr Wächter. Und man muss ja das Pferd mal zum Psychotherapeuten gehen. Ja. Ah, dieser Husten. Das scheint hier drin zu sein. Möglich. Ja. 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 Die Markierung geht hier rüber. Er hat auch Namen. Der Gerbe. Ich hoffe, ich kann dir zu Diensten sagen. Hast du zufällig Arbeit für mich? Nicht wirklich. Außer, du bist von der waghalsigen Sorte. Wie meinst du das? Wie du siehst, gerbe ich heute. Kaufen kann ich nur vom Jägermeister und der gibt mir nie genug. Ich würde ja selbst jagen gehen. Nur hat er immer ein Auge auf mich. Du hingegen? Ich bezweifle, dass der Jägermeister glücklicher wäre, wenn ich in seinem Revier wildere. Nein, aber er muss ja nichts mitkriegen. Pass auf, ich würde einen guten Preis für die heute zahlen. Und manchmal bekomme ich eine Bestellung und brauche dafür was Bestimmtes. In so einem Fall wäre ich noch großzügiger. Wenn du mir ein paar Mal aushilfst, kann ich dir außerdem was Nützliches beibringen. Ja, da sind diese Aufträge, die kannst du immer wieder machen wahrscheinlich. Das scheint so. Benötigst du denn keine Häute? Ob du es glaubst oder nicht, aber ich brauche Wildschweinhäute. Das Leder ist nicht das Beste, aber der Schuster macht daraus billige Schuhe. Und vor Herbstbeginn ist die Nachfrage hoch. Kann man verstehen. Ja. Also, Wildschweine. Gelegenheit auch mal jagen gehen müssen. Wildschweine. Ja. So. Damit haben wir hier die Fragezeichen abgehakt. Jawohl. Dann wollte ich nach Ledetschko. Na gut, was wolltest du da machen? In Ledetschko habe ich hier einen Waldgarten entdeckt. Aha. Und da steht auch eine Kiste. Die wollte ich natürlich nicht alleine aufmachen. Was? Mal sehen, vielleicht sind ein paar alte Socken drin. Vielleicht ist auch was Hübsches drin. Gut. Und dann haben wir noch eine Schatzkarte. Wir haben hier noch eine neue bekommen. Die können wir auch mal angucken. Wir haben gerade eine gekauft. Genau. Und diese Schatzkarte, die zeigt nach hier hin. Da dachte ich mir, das geht ja fast in einem Aufwasch. Gut. Dann gucken wir mal. Hier. Also die Kunst des Aufbrechens. Und wir haben noch zwei Kisten, die wir nicht öffnen können. Dafür haben wir ja noch Schatzkarten. Da haben wir schon einen Ort gefunden. Ja. Da können wir auch bei Gelegenheit vorbeigucken. Ich weiß nur leider nicht mehr, welche schwer und welche sehr schwer waren. Weil sehr schwer kann man noch nicht. Ich glaube, die eine, die da an dem Bach entlang war, an dem Fluss entlang, wo ich dabei war, als wir die gefunden hatten, die war, glaube ich, nur schwer. Und die andere war sehr schwer. Aber ich würde auch nicht drauf hätten. Also die beiden Lesebücher können wir lesen. Gut. Und das Jagen auch. Das ist doch schon mal ganz nett. Das Jagen können wir auch lesen. Ach so, ja. Die Kunst des Aufbrechens. Ja, das Jagen. Das hat keine Voraussetzung. Also können wir die alle drei lesen. Da musst du viele Pausen machen, damit der automatisch schließt, oder? So, das war das. Schatzkarte 6. Ja, das ist das von Ledetschko am Fluss entlang nach Norden. Das ist die Schwere. Und die, da waren wir ja noch gar nicht. Eben, meine ich doch. Da waren wir doch nicht. Und dann nördlich von der Felswand. Deswegen sagte ich ja. Ich gehe mal hier raus auf die Karte. Ach so, das ist die. Hier, Ledetschko. Ja. Da ist der Kräutergarten. Und die Schatzkarte, die führt von hier hoch zur Brücke und dann rechts in den Wald rein. Also du hast die noch nicht gefunden. Und von den Felswänden direkt nach Norden, irgendwo hier in der Gegend, müsste die sein. Also die müssen wir noch finden. Ja. Gut. Und auch den hier, den kann man von hier nicht erreichen. Da ist zu steil, da muss man außen rum. Aber das sehen wir dann. Jetzt gehen wir erst mal. Und die andere Schatzkarte können wir uns da angucken. Ach so, bist du da jetzt hinschnell? Welche andere Schatzkarte? Die neue. Ach, die neue. Okay, können wir ja gleich mal angucken. Wenn wir angekommen sind, ja. Ja. Mal sehen, ich habe mir die Nummer gar nicht gemerkt, aber wir haben sie ja noch nicht angeguckt. Da müsste ja die Sonne drauf sein. Oh, das ging ja ratzfatz. Wie spät haben wir es? Kurz vor 17, ja. Da. 18. 18, du hast recht. Ja, da gucken wir mal. Teilenberg. Teilenberg. Da war eine Gegend, wo wir jetzt gerade waren. Ist egal. Was ist denn das? Verstehe ich nicht. Badehaus, da mit den Zelten. Ja. Das ist Teilenberg. Und gegenüber auf der anderen Seite, da wo das Jagdrevier ist und so. Der See sieht aus wie eine Kaulquappe. Ja, das stimmt. Und da wo der Schwanz anfängt nach rechts, ist ein Hirsch. Genau, Jagdgebiet. Gott schütze dich, Heiner. Ja, Gott schütze dich ebenfalls. Keine Ahnung, wo du bist, aber... Danke. Möge er sich um dich kümmern. So, dann muss ich... Ja, hier meine Markierung setzen. Mach ich am besten hier hin. Von da aus müsste man eigentlich reinkommen. Halt. Wie war das? Mit Pferddrehen und so? Ich meine, wir können natürlich raus... Die 18 ist ja hier in der Nähe, ne? Kommen wir da, ja. Ach nee, wir sind ja schon woanders schon dran. Wir sind ganz woanders jetzt. Ich dachte, ich habe eine Markierung gesetzt. Wir sind ja jetzt in Netechko. Warum ist meine Markierung nicht da? Oh, da ist er auch. Ah, da ist er auch. Habe ich wahrscheinlich einmal zu oft. Ach gut. Zu oft geklickst. So, ja, jetzt müssen wir hier aus dem Dorf erst mal raus. Und dann müssen wir nach dem Norden schwenken. Oh, über die Felder. Oh, irgendwo da hinten oben. Da ist ja nochmal ein Parallel. Es sind ja lauter Parallelstraßen. Wollen die hier eine Autobahn bauen? Tja, scheint so, oder? Hm. Das ist irgendwie komisch, als ob sie hier angefangen hätten, irgendwie was hier. Und dann hört sich ja das auf, mitten in der Landschaft. Das sieht fast aus, als hätten sie hier angefangen, Autobahn zu bauen, ja? Das sieht aus wie die Zivilisation der heutigen Zeit. Irgendwie. Damals haben sie auch schon sowas Remiss gemacht. Ja. Da ist schon wieder so eine Parallelstraße. Die haben ja hier Straßen bis zum Abwinken. Ohne Ende. Wahrscheinlich für die Heere, die dort aufmarschierten. So, jetzt werden wir unsere Markierung mal da draufsetzen. Ja, ich glaube, von hier, von der Seite kam ich da ganz gut dran. Was haben wir hier? Ja, hast du gemacht, bist du da einfach durch die Gegend gelaufen, um mal zu gucken und so? Ja, ich bin hier, hab abgekürzt, bin querfelde eingelaufen. Ach so, also das war... Und bei der Gelegenheit findet man ab und zu mal was. Das ist ja eigentlich wahrscheinlich der Grund, warum man eigentlich... Man sollte ja auch ein bisschen mehr forschen, ne? Ja. Insofern ist querfelde eigentlich schon ganz gut. Ich hab ihn. Ja. Kleiner Weiz. Man sieht ihn auch schön von Weitem. Ach, Heinrich. Er ist schon wieder auf dem Schleich, im Schleich-Modus. Mal wieder die falsche Taste. Na, jetzt aber. Guck mal, hier gibt's Baldrian ohne Ende. Da ist die Truhe, ah. Schirmling. Ne, der wird nur schlecht. Und hier haben wir eine Truhe, an die kommt man von der Seite nicht dran. Gehen wir einfach mal drum rum. Schwer. Die ist schwer, ja. Also da hab ich mit dem Controller nun nicht die geringste Chance. Dann wollen wir hoffen, dass sie einigermaßen freundlich ist. Hier. Naja. Probieren wir's. Toll, fängt ja schon wieder gut an. Mal gucken, wie viel Spielraum habe ich hier. Nicht viel. So gut wie keinen. Ja. Nein. Ach, Mann. Ei, ei, ei. Aber du musst ja üben. Ja. Okay, geh mal raus. Mal sehen, ob wir's besser treffen, wenn wir nochmal anfangen. Oder ob's noch schlimmer wird. Oh je. Ich fürchte, das ist eher noch schlimmer. Ah, Mann, sei nicht so ungeduldig, Mensch. Genau. Oh, ja, 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 ja. Ich bin ja echt die Ungeduldige, aber wie man sieht, kann Pepe auch ungeduldig sein. Also, Heinrich ist ja ungeduldig, stimmt. Pepe ja nicht. Du hast es geschafft. Mit voller Konzentration geht das. Toll, Narziste. Öffnen. Ach, edle Schuhe. Ja, die kann man verkaufen. 430 Groschen, ganz ordentlich. Natürlich. Kuttenberger Kürers. Gut zu bezahlen, also zu verkaufen, oder? Auf jeden Fall wertvoll und Rüstungsklasse 22 ist geil. Ganz ordentlich. Messerscharf. Messerscharf 4. Esst. Ach, Waffenschleifen. Ja. Da müssen wir wohl noch ein bisschen üben. Rezept für Schnaps. Wow. Es kommt gegen Krankheiten. Du hast doch gesagt, wir brauchen ein ordentliches Schwert. Wow. Guck dir mal die Werte an. Allerdings minimale Stärke. Das können wir noch gar nicht tragen. Wie stark bist du denn? Wollen wir gleich mal sehen. Was ist ein verpöhnter Würfel? Den wollte ich mal angucken. Den können wir wegschmeißen oder verkaufen. Ja. Wegwerfel. Den hatten wir doch schon mal, diesen verpönten Würfel. Den verpönten kenne ich nicht. War das nicht ein verpöhnter? Nein. Das war ein anderer. Das war natürlich auch einer. Ja. Oh. Wir haben zwölf. Stärke zwölf. Na hervorragend. Wow. Weil wir haben jetzt eins gekriegt wegen dem Naturburschen. Mhm. Aber selbst in der Stadt haben wir noch zwölf. Also. Ja. Wow. Kannst du ja mal auswechseln. Ja. So. Wir haben 76, 76, 3. Ach so. Ja. Ich sollte mal gucken, was wir vorher hatten. 62, 62, 3. Du bist schon ein unversprung. Und auf 76, das ist ordentlich. Ab in die Satteltasche mit dir. Ja. Du hast ja lange gut gedient. Du hast ausgedient. Ja. Na hervorragend. Das hat sich ja richtig gelohnt. Sofort speichern. Du hast ja Glück gehabt, es ist nicht eine sehr schwere Truhe. Ja, die hätte ich ja nicht geschafft. Das habe ich vorhin schon mal zwischendurch mal wieder probiert. Ja. Weil man kriegt das ja nicht angezeigt. Mhm. Und da ist sofort, als ich versucht habe zu drehen, ist sofort der Dietrich abgebrochen. Na ja. Auf jeden Fall haben wir jetzt, ja, machen wir Schluss. Machen wir schon wieder Schluss. Die Zeit haben wir erreicht. Gut, dann mache ich mir hier eine Markierung. Ja, dann gehen wir dort. Dann werden wir das Pferd rufen, weil das sind lauter steile Felsen. Also kommt man hier bestimmt zwar runter, aber vermutlich nicht im Stück. Also werde ich hier hochgehen und dann werden wir den längeren Weg reiten. Natürlich, klar. Okay. Und dann gucken wir uns den nächsten Schatz an. Okay, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.